Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Diablo 4. Dann, äh, wollen wir mal. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Äh, ich glaub, den nehmen wir zuerst mit, ne? Können wir ja mal die Steinchen machen. Bevor wir uns anderen Aufgaben widmen. Ich habe kein Mana mehr. Ja, ja. So, das wäre Nummer 1. Ja, ja. Du bist ja auch gleich dran. Arschgeige. Nö. Ah ja. Na, komm her. Schon wieder kein Mana. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Na, komm her. Schon wieder kein Mana. Na, jetzt. Wo es weg ist, ne? Und wer? Ja, jetzt wo es weg ist. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ich habe kaum noch Mana. Ach Mensch, das war so kurz davor, du... Arschgeige. Bitte nicht unterbrechen. Nicht abbrechen. Und jetzt bist du dran. Meine Güte. Wenn sie dann auch immer gleich abbrechen muss. Ding so nach Scheiße. Ach, da geht's hoch. Und da geht sie wieder runter. Huch. Ah ja. Da war ja was. Moment. Ein anderer Timer, der bümmelt. Dauert nur zwei Sekunden. Oder ein paar mehr. Okay. Ach Mensch. Geht doch da wieder rein. Okay. Okay. Da kommen dann immer die mit. Ja, ja. Dann müssen wir da rein, hä? Ich bin noch nicht bereit. Für diesen böhen... Dingstein. Okay. Dann gehen wir mal. Nein, nicht wieder rausgehen. Du sollst das da draufschlagen, oh Idiot. Ich wollte nicht raus. Ich wollte da... Ne? Radale machen. Meine Güte. Juhu. Höhlenreinigungsgedön. Wir reinigen ihre Höhle. Loot Service. Wir looten ihre Höhle. Ja, ja. Ja. Nur ich will Fokus verlieren. Nimm doch mal den Scheiß hier mit, ey. Ich bin tausendmal Ex gedrückt, bevor die da angetanzt sind, aber nein. Ah, Blizzard. Genau das, was wir nicht haben. Ich habe keinen Mann an mir. Ja, ja. Ja, ja. Ja, komm. Die nehmen wir auch noch mit. Schön. Was? Ja, ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Na, komm. Schön. Also, juck. Danke fürs Warten. Na, komm. Na, ja. Ja, ja. Da müssen wir, glaube ich, gibt auch welche. Ah, das war ein Ding. Na, ja. Komm, ey, ja. Ja, hier. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wir haben ein bisschen was eingesammelt, ne? Das ist schon. Okay, dann geht's mal weiter. Joa. Das sollte man hinkriegen. Ihr könnt ruhig mal was heilen lassen. Das ist kein Thema, oder? Ich bin noch nicht bereit. Gut. Hm. Und jetzt? Ach so, ja. Ich habe kaum noch Mann. Ja, ja. Steht das Ding, wenn es nicht mehr im Weg rum. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich weiß. Na, sollte ich vielleicht doch noch mal da oben gucken. Ach so, da ist auch noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Doch, ey, ja, ja. Ich bin noch nicht bereit. Ach so, da war das schon mal. Und da vorne ist halt auch gleich der Ding Zugang. Nehmen wir den auch gleich mit. Ich bin noch nicht bereit. Nö. Machen wir das schon mal. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ja. Was ihr seid. Wir haben ganz viel Zeit. Oder so ähnlich. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe kaum noch Mann. Hup. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja, ja. Ich will da noch mal gucken. Falls da doch noch was ist. Oder eine Sackgasse. Hm. Überall geht's lang. Ah ja, okay. Okay. Ich bin noch mal hier. Ja, ja. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Dann eben so. Na, komm mal her. Ein bisschen näher ran, bitte. Das sind wir da auch wieder weg, du Idiot. So, dann gehen wir hier weiter. Ich glaube, ich muss das hinterlegen. Und der letzte. Oh, warte mal. Das war doch klar. Na gut, dann machen wir es halt so. Ich denke, wir haben hier noch. Oh Gott. Man weiß ja auch nie, wer das für Valle gehört und wer nicht. Das ist oh my god. Ich bin noch nicht bereit. Nimm mal gleich mit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Na, was haben wir damit auch mitgenommen? Nö? Sollen wir hier noch was machen? Schon wieder kein Maler. Hm. Wo sind wir die? Die ist hier hinten drin. Ich bin noch nicht bereit. Was ist denn das? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wo sind sie? Warum sind die Leute auseinander? Was ist da? Was ist das, meine Freundin? Es ist nicht viel, doch ich hoffe es hilft. Ja, glaube ich auch. Dankeschön. Ah, ja. Ja, ja, wo muss ich denn hin? Bestimmt da. Bestimmt da vorne. Dann gehen wir da nochmal hin. Schadet ja nicht. Haben wir eigentlich schon einen Dings hier, haben wir. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Na, dann komm mal her hier. Na, noch ein bisschen. Ja. Das haben wir. Sehr schön. Äh, was waren das denn? Ach so, ja, ja. Ist in Ordnung. Äh. 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 Dann können wir gleich da hin. Nö. Machen wir das auch und dann gehen wir nach, äh. Töldürrö. Ja, egal. Töldürrö. Döldrö. Ich bin noch nicht bereit. Und dann, äh, machen wir das mit dem Stein. Nö. Da können wir ja dann die Schnellreise verwenden. Okay. Und das Inventar müssen wir... Ja, ich glaub ich sollte erstmal das Inventar leeren. Bevor ich irgendwas mache. Ich denke mal, das ist ne gute Idee. So, was haben wir denn eigentlich alles dabei? Eine neue Mütze. Äh. Pff. Ja. Ich glaub das ist in Ordnung. 396. Eieiei. Ich glaube das ist besser als unsere jetzige, die wir hier drin haben, ne? Oh ja. Hä? Ach ja stimmt, wir haben ja voll. Hahaha. So. 339. Nein, das ist schon mal. besser. So. Ach. Kann ich gleich so machen, ne? Äh. Ja. Oder? War das das mit Dings? Achso, ne. Das ist nicht mit, ähm. Ja. Ist in Ordnung. Gut. Und dann gehen wir nochmal... Oder? Ne, ich hab ja grad keinen Platz dafür. Hm. Ich verkauf erstmal die, äh, niederen Gegenstände. Ich nehm es euch ab. Ich weiß. Damit wir Platz haben für, ne? Bleibt wachsam, werte Freundin. Können wir das hier machen? So. Kommt der da rein und der in die Truhe, ne? Ja. Das können wir so machen. Okay. Können wir den Rest hier auch noch loswerden? Oder wollte ich davon noch was behalten? Der ist mit dem direkten Schaden, ne? Hm. 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 Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Eigentlich hab ich ja schon mal ein Dings-Set, das ich gerne haben hätte können. Wollen. Ne? Aber ich mein, wir können's im Nachhinein ja immer noch verschrotten. Huch. Das wollte ich nicht. Was hab ich denn jetzt gekauft? Irgendwas hab ich gekauft. Verdammt. Ah. Ah. Wahrscheinlich das Ding hier, ne? Naja. Zu doll gedrückt? Naja, egal. Müssen wir halt 200.000 wieder reinkriegen. Oder mindestens 600.000. Was auch immer ich gekauft hab. Das kommt mir gelegen. Mhm. Lass mich auch so sehen, was ich gekauft hab auch. Ich schmiede mehr als Hufeisen und Nägel. Was braucht ihr? So. Das brauch ich. Können wir gleich wieder da hin. Ach. Boah. Sieht auch ganz nett aus. Schon wären wir uns ja umgezogen. Da war ich. Okay. Ja. Da war ich. Hä? Ich dachte. Aber da war nichts. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ja. Ich weiß. Und tschüss. Na, sie war auch schon da. Juhu. Äh. Das wird die wilde Magie eindämmen. Warum misstrauen die Droiden euch? Oh. Wir haben unterschiedliche Meinungen darüber, wie man den Wald am besten beschützt. Ah, ja. Ich respektiere ihre Verbundenheit mit der Natur. Aber, wie ihr seht, kann unkontrollierte Macht gefährlich werden. Ah, ja. Äh, das wird die wilde Magie übrigens eindämmen. Juhu hat eine Schriftrolle für alles, nicht wahr? Mhm. Zeigt mal her. Oh. Interessant. Hm. Der Zauber ist alt. Komplex. Doch ich habe einen weiteren Vertrauten. Mohren. Der für diese Aufgabe geeignet ist. Ah, ja. Soll ich den Aufsuchen neu? Macht ihr das? Er wird die wilde Magie eindämmen. Bitte beschützt ihn. In meinem Alter kann ich es mir nicht leisten, noch mehr meine Lebensessenz zur Erschaffung eines neuen Vertrauten zu verschwenden. Ah, ja. Bleibt wachsam. Ich erwarte, dass es Probleme geben wird. Jaaaa, das glaube ich. Ja, vor allem da vorne, ne? Die haben doch auf mich gewartet. Kommt mit mir. Wohin müssen wir denn? Ah. Na dann kommt mal mit. Ich hasse übrigens Begleiterquests. Wollte ich nur mal sagen. Muss man ihn in diesem Jahr überhaupt nicht mehr haben. Ne. Aber gut. Solange er nicht irgendwie... Ne? Und er läuft wenigstens zu uns hinterher und wir müssen ihm nicht irgendwie hinterherlaufen. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Die Probleme. Lass uns mal hier oben langlaufen. Ah. Noch mehr ihrer Probleme. Okay. Och, Mann. Ernsthaft? Ich bin zwei Schritte gegangen. Frag den Boom. Okay. So, jetzt komm her. Bombard. Ah, okay. Es gibt noch eine. Ah, komm mit. 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 Ja, komm mit. Du kannst. Ach, komm mit. Ach, komm mit. Ach, komm mit. Ah, macht das dann. Ah, noch eine Quelle. Ah, komm mal mit. Ich dachte, das wäre es, weil, ne, mit Kämpfen und so. Naja. Müssen wir da essen ja nicht. Also, naja. Wer weiß. Ach komm, ernsthaft? Ich platze schon. So, komm. Ah, noch mal. Ah, noch mal. Ah, noch mal. Ja, ja. Hm. Okay. Ich gehe da nach Tildura und dann gehen wir von da aus zu ihr. Ne? Auch wenn ich glaube, dass ihr Gefährte das da nicht so gut überstanden hat, aber... Naja. Sie hat gesagt, er schafft das. Sie hat gesagt, er schafft das. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. So, ich bin wieder da. Hallihallo. Es ist verbracht, aber... Ja. Ihr müsst es nicht sagen. Die wilde Magie hat mir auch Bauchrenn genommen. Ja. Die Droiden haben sie zurecht gefürchtet. Mhm. Das ist dickig rot. Ihr habt euch gut geschlagen. Doch geht nun. Ich muss nachdenken. Ja, mach das. Ich bin aber weg. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Und Schussi. Schussikowski. Da können wir nämlich dem Tuken gleich sagen, dass wir hier seinen Gedöns da auch gemacht haben. Unter anderem. Ne? Oh ja. So. Ein bisschen Tomatensuppe trinken. Juhu. Ich habe übrigens die Runensteine bald erweckt. Großartig. Sie summen wieder. Ich spüre, wie die Lebenskraft erweitert hat. Na, dann mach mal. Machen wir uns direkt an die Arbeit. Ja, dann... Hälft mir, die Runensteine zu erwecken und Tournülle wieder herzustellen. Was? Wie denn? Es funktioniert. Der letzte Schritt. Die Macht der Steine wirkt in euch. Berührt den Runenstein und erweckt sie alle, um das Ritual abzuschließen. Ah. So gut? Ja. Ja, doch, doch, doch. Ihr habt noch was für mich? Kann ich euch sonst noch helfen? Ihr habt unserem Orden neues Leben eingehaut. Unsere Droiden kehren langsam zurück. Hm. Ja. Viele sind es nicht, ich... Ah, ja. Hatte einst einen Lehrding. Ah. Die Gemüt war feurig. Ist von keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Ja, dann sag mal. Au. Ich befahl ihr zu bleiben. Natürlich hat sie das nicht aufgehalten, sehe. Au. Sie ist jetzt tode. Aber ihr Christ ist an den Kampf gefesselt, der ihr Ende war. Ei, 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 ei. Wieder und wieder steht sie ihm gegenüber. Bitte. Helft ihr, sich zu befreien? Ja. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Äh. Ihr könnt das nicht selbst tun. Ich hab's versucht bei den Geistern. Ich hab's versucht. Aber ich kann sie nicht bekämpfen. Nicht so. Ah. Tut mir leid. Ihr habt schon so viel getan. Ich wünschte, ich müsste euch nicht um mehr bitten. Oh, boah. Gut. Okay. War nur dieselbe Frage. Da holen wir auch noch ein Ding. Deswegen will ich da mal kurz hin. Auch noch ein Ausrufezeichen. Eine Nebenquest. Achso, wir können ja jetzt nichts mehr kaputt hauen. Gucken wir mal, was da oben so ist. Nö. Juhu. Ganz ruhig. Okay. Hi. Äh, braucht ihr Hilfe? Ja, tatsächlich könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Mhm. Meine Freundin, Berfa hier, ist verletzt. Ich will sie nicht alleine lassen. Doch sie benötigt Heilkräuter. Und meine Vorräte sind erschöpft. Oh, das ist natürlich nicht gut. Wenn ihr mir sagt, was ihr braucht, kann ich es finden. Ja. Das wäre eine riesige Hilfe. Danke. Hier ist die Liste. Ihr solltet alles in der Nähe des Lagers finden können. Okay, dann finde ich das auch. Dann finde ich das auch. Ähm. Das war das mit der Dings, ne? Na gut, in der Nähe ist ein bisschen... Ne? Aber das kriegen wir hin. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich weiß. Mit Pferd wäre das alles natürlich ganz anders. Aber nun gut. Na doch, ist doch ganz schön nah. Sah eben so weit weg aus, aber... Ist doch näher dran. Ernsthaft? Was ist denn gerade? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ah. Ah. Viel fehlt da wohl nicht mehr. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Cool. Ja gut, dann haben wir das doch. Das war einfacher als gedacht. Dann wollen wir nochmal runter. Nü? Oh, warte mal. Was ich vergessen habe. Ich habe es bestimmt vergessen. Ich bin noch nicht bereit. Oder ist das nur ein Dings? Ja, habe ich vergessen. Meine Güte. Fünf Level schon. Huch. Naja, besser spät als nie. Und wir sind ja auch so gut zurechtgekommen. Ne? So, ich habe alles. Ich bin mit den Materialien zurückgekehrt. Ich bin mit den Materialien zurückgekehrt. Äh. Ich bin mit den Materialien zurückgekehrt. Hm? Stellt sie bitte hier drüben ab. Hier sind Mörser und Stößel. Vermischt die Zutaten, während ich sie ruhig halte. Okay. Machen wir das mal kurz. Bestimmt. Könnte ich euch zu einem weiteren Gefallen überreden? Ja. Aber nicht jetzt. Der Verschwunden stammt von einer Klinge. Sucht mit mir den Ort, an dem ich sie gefunden habe. Vielleicht können wir die Täter ausmachen und für Gerechtigkeit sorgen. Ja, das können wir machen. Aber wie gesagt, nicht jetzt. Ich komme euch nach. Denn jetzt will ich erstmal den Part beenden. Na, der Timer hat gerade gewimmelt. Dann machen wir das gleich. Wir sehen uns hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Bye. Gesegnete Akarat, dein ewiges Licht, beschütz mich. Dein göttlicher Rat leitet mich wandlich auf dunklen Faden. Du fährst meine Seele zu deinen heiligen Lichten. Gesegnete Akarat, dein ewiges Licht, beschütz mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Ruhe. Wandlich auf dunklen Faden. Feins Maul. Sie haben uns gewittert. Rennt! Vergiss ihn! Du musst durchhalten. Was soll das denn werden? Das schafft er nie im Leben. Er muss aber. Gesegnete Akarat, dein ewiges Licht, beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Hey, sieh mich an. Gesegnete Akarat. Gold in Hülle und Fülle. Zum Greifen nah. Nein. Nein, ich... Ich... Ich wollte doch nur... Antworten. Sie kommen! Ich weiß. Er trägt euch! Na los. Wirts mal! Brich das Siegel. Du musst das Tor öffnen! Licht, steh mir bei. Mit rein. Sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Das Blut zeigt. Ich versteh's nicht. Blut. Das ist der Schlüssel. Blut ist der Schlüssel! Was? Ich mache jetzt zwei von euch! Schnell! Geht! Ich halte sie auf! Los! Also, hier steht das Blut der Willigen muss. Ist das euer Ernst? Ha! Es klappt! Wir müssen ihm helfen! Der ist geliefert! Wirklich jammerschade. Kopf hoch, was soll's. Wenigstens müssen wir das golden nur noch dritteln. Es muss hier irgendwo versteckt sein. Lies das! Oh. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen... Willigen... Preis... Preiset... Preiset... Die... Die Schöpferin... Ho! Preiset die Tochter... Oh nein. Nein, 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 nein. Was ist mit dem Gold? Was steht davon? Das hier ist verboten. Der Text ist eine Beschwörung. Ich kann das nicht aussprechen. Klickt mich nicht an! Wir sind für Schätze gekommen! Wo sind wir hier? Ich... Ich weiß nicht. Vielleicht in einem Tempel. Oder... Oder in einem Grabmal. Es ist ein Tor. 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 Ah! 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 Und Blut... ist der Schlüssel. Ah! 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 Gesegneter Akharat, dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wannlicher auf dunklem Pfaden, du führst meine Seele zu deinem heiligen Licht. Wir erflehen deiner Erlösung aus dem Abgrund. Mit dreien sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen. Wir rufen dich heim. Komm. Dein ewiges Licht beschützt mich. Dein göttlicher Rat leitet mich. Wannle ich auf... Öffne die Augen. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Ewiges Licht beschützt mich. Hier gibt es kein Licht. Du bist zur Dunkelheit gekommen, auf der Suche nach Antworten. Ja. Und alle Antworten, die du suchst, sind hier. Gib dich hin. Gib dich hin. Sprich die Worte. Bring sie heim. Mit dreien sie kommen. Mit dreien steht dein Weg offen. Mit dem Blut der Willigen, wir rufen dich heim. Preiset, die Tochter des Hasses, die Schöpferin, Sanktuarios. Preiset! Lelef. Gebenneteite Mutter, erlöse uns. Gebennete Mutter, erlöse uns.